8 Mann 8 Mann Ja Ja Blub, Blub Gegen die Steinriss Wieder? Nee, Moment, ist das die Sam? Ja, ich glaub schon Nee, nee, nicht ganz, Stopp hast du nicht bei Egal Können ja nur 8 Handlar sein Weapons online Alles klar, dann würde ich sagen... Ups, ich bin Override-Gun, aus Versehen. Gehen wir wieder rechts rüber, ne? Orki nach Epsilon? Ich bin fast bei Kappa. Okay, dann Kappa. Sie haben nur ausgetauscht. Deren Raden sind wohl in der Mitte, wa? Zwei Raden in der Mitte. Ich häng ein bisschen zurück, bin auf der anderen Seite gestartet. Balou, du bist außerhalb des ECM. Gegemerkt. 2 Max und Kappa unterwegs, 3 Max und Kappa unterwegs. Orki kommt zurück. Ja, Orki kommt zurück, genau. Und nicht über Täter, da sind Raden. Ich wollte eigentlich, aber du hast mich hier zurückgepfiffen. Ja, dann geh du mal... Kommt Orki schon? Ja, ja. Ja, dann geh du mal zu Epsilon rüber. Wollen wir mal eben Täter stürmen? Und dann die Jungs abfangen, die Kappa genommen haben. Ja. Weil es bei Epsilon tut sich nix. Ja, alles klar. Dann lass uns mal wieder drehen. Wieder alle einmal drehen. Das ist Michi, ich nehme Epsilon mal einen. Wir sind gleich da. Ein Quartate weg. Ich komm mit Balou mit. Da ist der Jabeflux. Stopp, alle Mann, stopp. Ist unser Kampf gerade weggelaufen? Ja. Ja. Warum rennen da zwei Katafakte nach hinten? Wir hatten das gesagt. Ja, rückwärts. Balou? Aber mal Flux zurück hier. Oh ja, ich guck. Komm. So, schon mal vorne zur Ecke. Momentan haben die den Vorteil. Jetzt fehlt hier die Feuerpower. Wolfs geht nicht um die Ecke. Ne, ne, ich sagte nur vorne bis zur Ecke. Ich guck mal nach Sigma. Da rennen wir zu unserer Hauptbasis. Ja. Balou und Bersi so vor, zurück. Wie die zwei Raben neu überhöhe. Zwei Ziele auf unserer Basis. Da sind bestimmt Raben. Ja. Ja, zwei Raben. Drei in den Gebäuden vor uns auf 306 Grad. Da ist Ziel, Alpha. Thurion. Keine Reichweite. So, wollen wir über unseren Startpunkt stapfen oder wie machen wir es? Ja, die gehen alle zu unserem Startpunkt. Da sind mindestens noch zwei unterwegs. Da ist ein Katapult noch. Hinter dem Zentur ist ein Katapult unterwegs. Normaler ist mit Raketen. Und ein Atlas. Ja, Leute, los. Hopp, hopp. Bewegung. Wir sind jetzt ziemlich im Nachfall. Wir stehen ganz offen. Richtig, deswegen. Die Raben werden uns vernichten. Da ist mehr als nur ein Rabe. Ja, ein Atlas, ein Katapult und ein... Ja, wir gehen über unsere Basis. Wir gehen über unsere Basis. Wir gehen über unsere Basis. Die hauen wieder ab. Na, na. Nicht hoffen. Hier ist ein Katapult. Da ist nur ein Katapult. Mehr ist da nicht. Da sind noch mehr Exzidenten, mehr Hitze, noch mehr. Zwei anderen sind Centurien. Aber sind etwas verteilt. Das C4 da hinten hat einen schwer angeschlagene Rücken. Da oben sind sie. Ja, die wollen uns reinlocken. Richtig. Ja, die wollen uns reinlocken. Ja. Ja, wir haben eine Menge Reichweitenwaffen. Jo. Hier rechts die Straße. Da ist natürlich eine gute Deckung bei mir. In F4. Orki, dann am Täter. Nehm mal Gammel zurück einen, genau. Ja. Mach ich schon. Sinna, wo läufst du hin? Ich bleib hier vorne an der Seite. Ich will erstmal stehen, für den Fall, dass wir anrücken. Bitte zusammenbleiben. Ja, die sind alle hin. Orki, holst du meinen Täter? Mhm. Wir sind irgendwo in der Mitte. Wir sind auch in der Kamera praktisch. Wir können sich einzingeln, wenn ihr... Sinna, du bist da ziemlich alleine draußen, ne? Ja. Ich warte auf euch. Sie kommen in der Mitte? Wir sind noch in der Stadt, quasi. So. Sie holen sich jetzt... Die gehen jetzt Richtung Sinna. Ihr müsst alle wieder zurückkommen. Die Raben sind, glaub ich, bei Sigma. Die folgen mir. Also, einen Punktsieg kriegen wir hier nicht hin. Ne, wir müssen jetzt langsam mal nach vorne und stürmen. Nein, die stehen alle auf der Brücke und warten auf euch. Ja. So geht das nicht. Auf welcher Brücke ist die Frage? Auf welcher Brücke ist die Frage? Ja, in der Mitte, bei Täter stehen die alle auf der Brücke. Ob das in der Reihe. Das ist doch in Ordnung. Dann können wir die ja umrunden. Ist das sicher? Ne, können sie nicht. Also, wir müssen drei Punkte halten. Nach Möglichkeit sollten wir auch einen nehmen. Nicht nach vorne. Kann der den Atlas jetzt anvisieren? Nein, Orki wieder nach Sigma. Ja, das hat keinen Zweck, weil die beiden Raben... Wo? Irgendwo müssen wir sinnvoll angreifen. Hier, bei Täter. Ich kann hier am Wasser langlaufen. Wir haben kein Mensch am Wasser. Gut. Ich bin relativ nah an deren Position. So, jetzt können wir hier rum, übers Wasser. Okay, alles klar. Gehen wir da übers Wasser. Richtig. Gut. Da ist ein Atlas, hier ist ein ADC. Wir stehen jetzt alle oben in der Stadt. Da ist auch ein ADC. Da kommt ein paar da oben. Ah, für... äh... Achso. Hier haben sie. Das ist ein Atlas. Hier ist ein Atlas. Hier ist ein Atlas. Dann sind wir überall hier oben. Charlie. Hier Charlie. New target acquired. Auf jeden Fall müssen wir irgendwas tun, weil... Ja, Raben im Hinterteil. Ah gut, ihr seid ja da. Raben und Raben. Wenn wir die Raben loslegen, können wir das schon nach praktischem dringend machen. Dann akart die doch mal weg. In dem Täter. Aber die sind da links, ne? Oben. Bei Täter. Vorsichtig, weich hier immer rechts aus. Nicht. Wir müssen in Deckung gehen. Wir haben die oben bei Kappern einen Taglaser. Die schießen ja alle runter. Vorsicht, die schießen auf dich. Jo, ich merk grad schon. Bleib da hinter dem Gebäude. Ja. Deck mal hinter mir den Rücken. Ja, pass auf, da könnte Göschen. Ne, pass auf. Ja, ich bleib hier. Wenn einer runterkommt, kriegt der andere verpoolt. Oh, kacke. Was tut dir sowas auf dem Sack? Wir müssen also langsam was tun. Die gewinnen nach Punkten. Ja, ja, ja. Ähm. Am besten da oben hast du Epsilon und Salak. Erstmal die Raben da ausschalten oben. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Die sind schon bei 580 Punkten. Na gut, dann rein da. Ich geh, ich geh jetzt zum Raben mit nach oben und helfe, äh, Orki. Schatten wir auch nicht. Täter, Basil und ich bleiben hier und halten sie auf. Der Rest geht erobern, bitte. Orki, bist du down? Ne, ne? Ne, ne, ich bin aufs Ab. Nicht hinter mir herlaufen. Nicht hinter mir herlaufen. Leichterstes Epsilon rund, bitte, Orki. Gut. Ja, der geht hinten hoch. New Target acquired. New Target acquired. Ja, greif mal an. Da kommt ja einer runter, zählt Charlie. Den können wir euch gleich holen. Warning incoming missile. Ja, los, Angriff jetzt. Die Raben rennt zu Kappa. Den nehme ich hier auseinander, ey. Ja, du, Balou, wir müssen Richtung Kampflinie jetzt. Ja, ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Ich geh da jetzt rein, das geht nicht anders. Bersi, folgt mir. Los, bin hinter dir. Was macht denn da? New Target acquired. Das Spiel ist vorbei. Bersi, hinter mir ist irgendwas. Obwohl nicht klappt. Obwohl nicht klappt. Jo. Na, das ist hinter dir. Okay. Dann kann ich den nicht ignorieren. Ja. Fuck, ich komme nicht hoch. Von Dreck, ey. Okay. Ich bin erledigt. Die machen wir jetzt alle. Ja, wir haben verloren nach Punkten. Wo seid ihr eigentlich alle? Ich denke ihr wollt angreifen. New Target acquired. Das war's, wir haben nach Punkten verloren. Oh, ich hab den Rücken geballert. Ja. Ja. Das war's, das haben wir verloren. Das stimmt. Ja. Du hättest angreifen wollen. Du hättest angreifen wollen. Aber auch mal ein schöner Verlust gegen die Franken, die wir eben aufs Maul gehauen haben. Na, war knapp. So, hoffen wir mal, dass wir heute Match nicht aufs Maul passieren. Wir haben eine kleine Umstellung bei unseren Max. Ja. Ich im PPK. K2. Da auf mein Centurion gewechselt. Und schon wieder sind wir... Irgendwie haben wir Dings heute noch gar nicht gesehen als Karte. Caustic Valley? Caustic Valley, ja. In der Zeit sehr selten, ja. Und Frozen City haben wir auch nicht so wahnsinnig häufig. Das meiste ist hier River City und Forest Colony. Guter Punkt. Auch ein. Ich hab das gerade richtig gesehen. Wir sind auch Deutsche. Ja, okay. Und Teta für Orp. Komm, Gards. Eier. So, nachdem ich so eine große Ansprache gehalten habe, sollten wir aber auch gewinnen. Mhm. Ja, ich hab bestimmt. Dann nach Epsilon auch gehen, ne? Ihr habt da Ziele, die Richtung des Schiffs kommen. Auf der linken Seite drei gegnerischen Mechs. Ich hab eine Raben beim Schiff. Ich hab eine Raben beim Schiff. Bremst du im Heck des Schiffs? Zwei Raben, einen Hunchback. Ich hab den Sniper hier wieder zu mir. Ja. Der Hunchback lag. Erster Rab ist hinterm Schiff durch. Okay, ich würd danach zu deren Basis einmal durchjagen. Atlas kommt zum Schiff. Es sei denn, dir kommt irgendwas entgegen, dann lass das. Kommen die durch? Noch nicht. Sie sind bis jetzt auf der Hexland. Sie sind immer noch... Was ist da noch? Sie sind immer noch da. Einen hab ich grad gesehen. Hier ist ein Radar. Genau. Ruhig vorschalt, ich bin bei dir. Da, Atlas. Hast du ihn? Ja. Atlas kommt hinterm Schiff. Zwei Atlas hinterm Schiff. Ich krieg's vom weiten Atlas. So, ich geh rechts dran vorbei am Felsen. Und, Seite des Schiffs ist ein Rabe unterwegs. Und, Sturm. Einer, flog in die Gang an. Acquire. Das ist Sorker da, ja? Jetzt hat was aufgekackt hier, wenn wir uns gleich. Ich glaub nicht, das war nicht. Wir laufen da rum. Wir laufen da rum. Ich bleib dir grad an. Ah, ich häng hier immer noch fest, ey Scheiße. Er hat einen Punchy bei euch. Them. Achtung Atlas. Ich geh auf den Raben. Warum töten keiner zum Hunchy? Oh, jetzt wäre noch runtergegangen. Ja, nein. Hunchy tot. Mit den Fokuspire. Zidda, kannst du den Raben reden? Ziel Bertha. Kannst du den, wirklich in Abwehrwaffen-Pilastie? Welches Ziel bitte? Kärter Emil 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 Schießen Leute ich steh'n also vor Dammt, Scheiße Boah Das ist längig gegangen Und Feuer Sauber Achtung die beiden Rahmen sind hier unter uns Sensors online Models online All systems online Boah Entschuldigung, dass ich dich gucke Weapons Reaktion online Sensors online Komm schon, komm schon Ja, Orki macht Bertha und der Rest macht Cesar Boah Bleib hinten Orki, er hat zu spät Okay Du gehst zu nah an die Rahmen ran Du gehst zu nah an die Rahmen ran Ja, mach den Raben platt Mach den Raben platt Problem ist, die haben Hab ich schon Achso Bist du schon wieder tot? Ja, schon länger Kann er nicht, kann er nicht Die sind zu nah dran Delta Ich bin down Das ist scheiße Beutel Ich ziehe ein App Ich treffe sie so nicht Bin down Ja, jetzt haben die Raben kommen Also Dö Dreckige Blickraben Dreckige Blickraben Die sind einfach dingbar Die müssen sich raus Ne, eigentlich nicht Man kann sie relativ einfach verlegen Man muss halt nur die entsprechende Waffe Feuer, 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 Jawohl, Jawohl Das ist das Problem, wenn wir können Ein Treffer noch für den Sehr schön Ein Rab ist down Danke Orki, das war sehr gut Ach, wir haben ja noch einen Da ist noch einer über Aber der geht jetzt auch down Orki ist quasi wieder im Match Der macht mich gleich völlig Der macht mich gleich völlig Guck mal, wie viele Punkte wir übrigens haben Ja Wir gewinnen so oder so Ja, halt mal auf Ja, sehr schön Jawohl Wer ist hier der Match-Winner? Ich habe gerade gesagt Danke Orki Danke Orki Danke Orki Danke Orki, du hast meine Ansprache gewendet Der Langste ist der Größte Ja Okay Bis zum nächsten Match Danke Orki Dafür erschieße ich dich das nächste Mal nicht Haha Ist ja eine schöne Nummer Boah Schwenke gehabt Das war aber echt Ich habe auch gedacht, dass wir das gewinnen gegen die beiden Raben Zeit, dass wir uns den Arsch erfrieren Oh, oh Ich klippe hier in meinem Atlas Und wir haben jetzt Schlangenjagd Oh, Kuritas Kuritas Ja Gut, dass ich gerade Die, die, die Laternen und die Schlangen in meinem Cockpit habe Sensors online Das war online Schon mal Proformer halber, ja Ja, die Schlangenjagd eröffnet Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt Ne, ich warte, bis ich ums Haus rum bin Ich bin auch im Kurita Verkappter E6 ist eigentlich die beste Aber diesmal mit Abdeckung nach links Zum Tunnel Ach, ich bin so schnell in dem Viech, ey So geil Achtung, Atlas mit 62,4 KPH überholt euch Muss ich ja bremsen Ja, wer sich bei meinem kleinen Kommentar hier gerade wundert Es gibt viele Kurita, die eine Menge Panther einsetzen Das ist sowieso ein Ding, der Panther fehlt hier in dem Spiel noch Da läuft Da läuft Rabe, ECM Rabe rum Ja, ich hab Orki eben gerade mal außer der Fassung verloren Da läuft ein Rabe rum Ich hab noch keinen sonstigen Feind gesehen Na Steckbruch einer zum Tunnel Doch jetzt Unten Ja, ich schau Achso, ich hab ein PPK-Atlas Ich hab ein PPK-Atlas, ja Ja Ich hab schon wie Farben gewollt Beschuss von wo? Ja, das war ich Ich hab gerade auf einem Was darf das sein? Kommando? Auf D6 Hier unten ist das Ne, zwei Raben Wo? Auf E6 Der Rabe in D6 Kommt hier an Ich hab ja viele Raben hier lassen Ja, Tunnel Kontakt im Tunnel Da kommen sie Grabe ist gekaut Achtung Von Tunnel kommen zwei Katapulte Es sind sechs Pulte A1 Katapulte Merk, Rückzug Das sind drei Katapulte mit Sechseilerfellen Ach du Scheiße Nicht ablassen Nicht ablassen, nur die Raben Wir müssen auf Abstand halten Zielt Charlie Zielt Charlie Nicht um die Ecke gehen Bleib von den Pichern auf der Stance Wer ist nicht stehen bleiben? Zielt Charlie Zielt Charlie Vorsichtig Zielt Emil Zeal Emil Zeal Emil Zeal Emil Zeal Emil Zeal Emil Scheiße Wir werden jetzt beschießen, weil zu viele gegnerische ECM sind. Counter! Counter machen bitte. Ich bin auf Counter. Target? Nein, sorry. Ich kann grad nicht e-mailen. Ich bin down. Dora? Die haben ne Menge Rahmen. Ja, immer noch Dora. Ich hab Dora gar nicht drin hier, da ist Dora. Oh, weg von hier. Ziel Alpha. Vergesst Alpha. Vergesst Alpha. Vergesst Alpha. Peter? Gustav. Ist noch gut. Und wie Gustav? Gustav? Gustav ist schwer einzuschlagen, wenn ich den Arkeen rauskomme. Ich bin down. Rabe? Ne, hier ist euer Anlass. Da, das ist fast down. Wo ist denn der Anlass da? Ja, vor mir. Der Anlass ist quasi down. Okay. Dann noch die Raben. Du ritt wieder. Wieder wieder unterschiedlich. Ich bin gleich tot. Target acquired. Sind noch die Raben nach? Ja, sind nur noch die Raben. Da sind nur noch die Raben. Da sind drei Stück. Ein Raben. Ziel Hotel. Ziel Hotel. Drei Gegner noch am Leben. Fokussiert einen Raben bitte. Sagt man jetzt Ziel an. Hotel. Ich bin auf F wie Friedrich. Oder Friedrich. Wir sind bei unserer Basis. Hotel. Ja, ich wollte gerade sagen, Orki ist uch zur Basis. Kann ich nicht. Mein Bein ist offen. Ich habe den Raben einfach erpackt. Wir müssen wegnehmen. Wir müssen zusammen mit der Basis. Das ist hier. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg zurück. Ich gehe mit Orki. Ich gehe mit Orki zurück zur Basis. Der Rabe rennt auch richtig. Ja. Also alle zu Basis. Würde ich es ja zum Glück hier vorne. Da hat man keine Brücken. Aber es hat keine Waffe. Ja, aber trotzdem töten. Ziel Hotel hat kaum Panzer auf dem Bein. Gar keine Panzer. ein medlaser okay katapult ist da und nur noch haben übrig der hat keine panzerungen mehr target acquired der orki hat keine rakete mehr ich komme zu dir orki kommt zu uns alle auf hotel nicht zu weit von der basis weg nicht alleine davor gehen versuchte auf die beine zu ziehen das linke bein ist schwer beschädigt wunderschönes match ich habe überlebt mit einem medlaser schönes match oh ja wieso wir können erstmal abspann hier angucken uli uli was sehen wir da sechs kipps bämm bis zum nächsten match genau ach das ist juh juh Bis zum nächsten Mal.